Dieses Video geht um die Welt. Nach 28 Jahren in einem New Yorker Versuchslabor sieht Schimpansendame Vanilla zum ersten Mal in ihrem Leben den Himmel. Völlig fasziniert blickt sie immer wieder nach oben, erkundet eine ihr völlig unbekannte Welt. Aufgenommen wurden die Bilder in Vanillas neue Heimat in Florida. Nach ihrer Rettung kommt sie hier in einem artgerechten Auffanglager für Schimpansen unter, wo eine der vielen freiwilligen Helferinnen den rührenden Moment festhält. Es war Zufall. Ich wusste, dass Vanilla an diesem Tag zum ersten Mal raus soll. Da sind immer viele Leute dabei und ich dachte, ich versuche einfach mal mitzufilmen, weil es immer ein toller Moment ist. Es ist ihr erstes Mal in so einem großen Umfeld. Aber was ich dann mit dem Handy filmen konnte, hat auch mich überrascht. I was honestly surprised, what I was able to capture with my phone.